Ich bin Jugendkoordinator bei der SG Pforzheim-Heutigen, trainiere die A-Jugend in der Bundesliga und die C-Jugend. Ich habe auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Also Teamgeist ist für mich zusammenhalten durch dick und dünn gehen, fest miteinander zu feiern, Auf- und Abstiege miteinander zu erleben, das gehört alles dazu. Bei denen ist es wirklich so, die musst du eigentlich nicht motivieren, die ziehen schon voll mit. Auf geht's, kommt jetzt das ganze Tempo. Ich wünsche mir für die Mannschaft, dass sie das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft erreicht. Das hat sie sich verdient.